So, ich habe das Deploy bekommen, vermessen und gewinkelt. Die verbauen wir jetzt mit den ACL-Ruiz-Lagerschalen und mit den Übermaßkolben von Kolbelflid. Hier sind die Originale, zum Vergleich. Ja, und jetzt zusammenbauen und dann werden wir sie einsetzen. Die Originale, zum Vergleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020